Heute möchte ich Sie einladen, mit mir nach draußen zu kommen. Eine Predigt sozusagen unter freiem Himmel. Kommen Sie mit, machen Sie sich mit mir auf den Weg. Ich möchte gerne mit Ihnen ein Stück Weg gemeinsam zurücklegen. So ein Weg unter freiem Himmel, an der frischen Luft, das bringt mich auf neue Gedanken. Und ich bin ganz bei der Sache. Konzentriere mich auf den Weg, der vor mir liegt. Konzentriere mich auf den Weg, der hinter mir liegt. Jeder Weg hat mich bisher um eine Erfahrung reicher gemacht. Schon ganz oft habe ich einen Weg eingeschlagen. Wortwörtlich, so wie früher, als erst noch Bäume und Sträucher niedergeschlagen werden mussten, um sich einen Weg zu bahnen. Beruflich habe ich einen Weg eingeschlagen, familiär, religiös. Ich habe einen Weg eingeschlagen und Gott sei Dank waren immer alle Wege mit Entdeckungen und Erfahrungen verknüpft. Ich habe viele gute Weggefährten gewonnen. Vielen davon habe ich viel zu verdanken, weil sie mir den Weg geebnet haben.